Es ist 5 Uhr. Danke. Ich hatte fast die Happy Hour verschlafen. Wo ist meine Tochter? Die sind noch nicht wieder hier? Warum komme ich wohl her? Na, ich dachte wegen der Happy Hour. Ich ruf Jake mal an. Mal sehen, wo sie stecken. Ja, tun Sie das. Hat Ihre Tochter kein Handy? Das hat sie zu Hause vergessen. Kinder. Ja, es klingelt. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Es ist schön, mal zu sehen. Nimm dich her, wenn ich aufstehe. Es ist schön, mal zu sehen. Lieg dich in den Schlampe stehe. Knall die Schlampe. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Deine Freunde bringen sie in den Schlampe. Und wenn du siehst, sie auch noch brennt und tausend. Das ist das gesamte Haus. Ruf mich an. Knall die Schlampe. Ruf mich an. Knall die Schlampe. Ruf mich an. Knall die Schlampe.